Was ist die Kühl- und Tiefkühlsysteme? AHD wurde 1983 gegründet mit dem Fokus auf Kühl- und Tiefkühlsysteme für Lebensmittelhersteller und Lebensmittelhändler. AHD war der erste Hersteller, der probanbetriebene Geräte in Serie produziert hat und ist heute Weltmarktführer bei steckerfertigen Kühlsystemen. Seit dem Jahr 2003 setzen wir vollständig auf das Kältemittel Propan im gesamten Produktportfolio und gehören damit zu den nachhaltigsten Anbietern am Markt. Besonders hervorzuheben ist die hohe Qualität unserer Produkte und die Dynamik unseres Unternehmens, schnell und flexibel auf Kundenwünsche einzugehen und die langjährigen Partnerschaften in unseren Kunden. Seit 2019 sind wir Teil der Daikin-Gruppe und können dadurch unsere Position am Markt noch weiter ausbauen. AHD beschäftigt weltweit mehr als 1800 Mitarbeiter, aufgeteilt in vier Werke in den Ländern Österreich, USA, Brasilien und China. Wir produzieren jährlich ca. 300.000 Einheiten mit einem Gesamtumsatz von mehr als 440 Millionen Euro. Unsere weltweiten Kunden sind Discount- und Supermarktketten sowie namhafte Hersteller der Eiscreme- und Getränkindustrie. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir unsere Kunden langfristig an unser Unternehmen binden können. Wir haben gewisse Kunden, mit denen haben wir schon Beziehungen, die seit über 25 Jahren bestehen und bei denen wir als fixer Bestandteil ihrer Lieferkette etabliert sind. Durch unser global agierendes Vertriebs- und Servicenetzwerk können wir in alle Länder der Welt liefern und perfekten Service vor Ort anbieten. Die Hauptmerkmale unserer Produkte sind sehr vielfältig. Angefangen von dem grünen Kältemittel, bei dem wir wirklich Innovationsführer waren und das wir als erstes auf den Markt gebracht haben, auch bis hin zur Serienreife. Des Weiteren eine Besonderheit ist das Plug-and-Play-Konzept, womit unsere Kühlmöbel extrem einfach installiert werden können und keine langen Vorlaufzeiten benötigen. Unsere Kühlmöbel haben auch weitere Innovationseigenschaften über die Jahre entwickelt. Wir waren die Ersten, die einen drehzahlgeregelten Kompressor verbaut haben und konnten damit nachhaltig die Betrachtungsweise der Branche auf unserer Industrie verändern. Bei der Produktentwicklung arbeiten wir stets eng im Kundenkontakt mit unseren Partnern zusammen, um wirklich Lösungen auf den Markt zu bringen, die den Kundenbedürfnissen gerecht werden oder diese sogar noch übertreffen können. Bei der Fertigung unserer Produkte berücksichtigen wir die Bedürfnisse und Gegebenheiten unserer Kunden bis hin zum kleinsten Detail, um die bestmögliche Lösung anbieten zu können. Die Zusammenarbeit mit der Firma Salvanini begann im Jahr 1996 durch die Anschaffung unseres ersten Stanzzentrums, um unsere Teile für unsere Tiefkühltruhen stanzen zu können. Ein Jahr später kam dann das Biegezentrum dazu, um diese Teile auch automatisch kannten zu können. Durch das stetige Wachstum und die steigende Typenvielfalt sind wir sehr bald um unsere Stanzkapazitäten gestoßen, sodass wir in zwei weitere Stanzzentren neuerer Bauart und einen Faserleser der Firma Salvanini investiert haben. Zusätzlich wurde auch in den Biegebereich investiert. Es wurden zwei P1-Biegezentren und drei Abkantpressen der Firma Salvanini mit einem Biegebereich bis 4 Meter angeschafft, um die Biegeteile für unsere Kühlregale mit einer Länge bis 3,75 Meter abdecken zu können. Wenn eine Anlage 25 Jahre im Betrieb ist und 175.000 Betriebsstunden auf den Stundenzähler hat, kann man sagen, dass sie ihren Dienst für die Fertigung der AHT geleistet hat. Von der Prozesssicherheit bis zu ihrer Demontage im Juni dieses Jahres war sie auch aufgrund der Restgeberfreien Verarbeitung immer ein verlässlicher Partner und Baustein in unserer Produktion. Es gibt mehrere Vorteile, wieso wir uns wieder für eine Stand-Share-Kombi der Firma Salvanini entschieden haben. Einerseits ist es die Produktivitätssteigerung von bis zu 30 Prozent, welch durch kürzere Zykluszeiten und schnellere Verfahrwege erreicht werden kann. Weiters ist es im Vergleich zur alten Salvanini S4, welche wir 25 Jahre im Betrieb gehabt haben, auch eine Energieeinsparung. Mit der integrierten Wendestation können wir die Teile mit der Sichtseite nach oben stanzen und richtig für die nachfolgenden Schritte ablegen. Ein weiterer Vorteil ist die Vollautomatisierung der Anlage. Vom fertigen Zuschnitt bis zur gestanzten Platine wird alles automatisch bereitgestellt. Die neuen Spannpratzen können Großformat-Tafeln ohne Nachsetzen unter dem Reihenstandskopf manipulieren und erhöhen dadurch die Genauigkeit. Durch die integrierte Winkelschere können Teile direkt aneinander genestet werden, um dadurch Zeit und Material zu sparen. Schließlich und endlich auch aufgrund der Erfahrungen unserer Maschinenbediener, welche sich aufgrund der erwähnten Vorteile wieder für ein Stanzzentrum der Firma Salvanini entschieden haben. Das neue Stanzzentrum wurde bereits so installiert, dass jederzeit eine Produktion in Linie mit einem Biegezentrum erfolgen kann. Ziel ist es, so viele Teile wie möglich inhouse zu produzieren. Deshalb sind wir gerade dabei, einen neuen Platz für ein Stanzzentrum zu suchen. Im Zuge meiner 25-jährigen Tätigkeit bei AHT hatte ich auch die Möglichkeit, die Programmierung des Salvanini-Stanzzentrums zu erlernen. Die Programmierung ist sehr komfortabel, leicht verständlich und simpel aufgepackt. Beim Ankauf des neuen Stanzzentrums wurde besonders darauf Wert gelegt, auch die beiden bestehenden Anlagen zu überarbeiten. Somit haben alle drei Maschinen den gleichen Stanzkopf und wir können mit einem Stanzprogramm an allen drei Maschinen arbeiten. Bei 8.000 verschiedenen Stanzprogrammen ist das für uns ein enormer Vorteil. Der Service ist bei uns sehr wichtig und auch die Ersatzteilverfügbarkeit, da die Maschinen rund um die Uhr laufen. Das Serviceteam von Salvanini ist sehr gut aufgestellt. Techniker und Ersatzteile sind schnell verfügbar und man wird auch sehr gut beraten. Die 25-jährige Zusammenarbeit zwischen Salvanini und AHT funktioniert sehr gut. Auch bei der Layoutplanung für das neue Stanzzentrum war die Zusammenarbeit perfekt. Die letzten 25 Jahre haben uns gezeigt, dass Salvanini für uns ein verlässlicher Partner ist. Und wir werden auch zukünftige Herausforderungen gemeinsam meistern. Denn es wurde im Son1-6ies-Bild-Hausend angegessen an. Die 7-Jährigen und Ersatzteile sind sehr gut. Denn am Ende sind in der Geburt zu erzielen. Sie sind zurückgezniere Menschen, die sich erneut sein. Und wir werden das natürlich auch zu erneut sein. Und wir werden das Thema Elektronomie bandauch. Wir werden die Musik angekriegen.